Maria und Josef auf dem E-Scooter nach Bethlehem. Klingt komisch, ist es ganz und gar nicht. Heute entstauben wir alte Geschichten und bringen sie in die Neuzeit. Bekannte Geschichten neu erzählt als abwechslungsreiche Übung für den Sprachunterricht ist mein heutiges Thema und meine Version der Weihnachtsgeschichte in voller Länge gibt es obendrauf. Also bleibt dran, denn jetzt geht's los. Es begab sich aber zu der Zeit, als ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, das alle Welt geschätzt werden würde. Ja, tausendmal gehört. Gibt es die Geschichte auch in Kuhl? Gibt es und damit herzlich willkommen zu Betzold TV. Heute möchte ich euch eine tolle Idee vorstellen, die sich natürlich am ehesten für sprachliche Fächer eignet. Und zwar das Neuerzählen oder Neuinterpretieren von bekannten Geschichten. Als Aufhänger habe ich die Weihnachtsgeschichte gewählt, aber die Übung könnt ihr eigentlich das ganze Jahr über machen. Als erstes wählt ihr eine Geschichte aus. Am besten eine, die so ziemlich jeder kennt oder die ihr schon mal behandelt habt. Falls es eine Geschichte ist, wo ihr nur glaubt, die könnte jeder kennen, teilt am besten nochmal den Originaltext aus, damit auch alle Schüler auf dem gleichen Stand sind und sich keiner beschweren kann, er kennt die Geschichte nicht. Die Aufgabe ist nun, die Geschichte neu zu erzählen. Hierfür könnt ihr unterschiedliche Vorgaben machen. Zum Beispiel aus einer Erzählung soll ein Gedicht werden oder umgekehrt. Altertümliche Texte können in moderne Sprache oder Jugendsprache umgewandelt werden. Eigentlich seid ihr da komplett frei. Wenn wir mal einen Blick in die Filmlandschaft werfen, finden wir immer wieder Beispiele, wie Themen unterschiedlich neu interpretiert werden. Bestes Beispiel ist die klassische Geschichte von Romeo und Julia, die sich unter anderem in West Side Story wiederfindet, aber auch in ganz vielen weiteren Filmen. Auch Avatar bezeichnen viele als eine Art Remake von Pocahontas. Also die Möglichkeiten, Geschichten umzuschreiben, gibt es viele. Um euch mal ein Beispiel zu geben, wie das Ganze aussehen könnte, habe ich nun passend zu Weihnachten die klassische Weihnachtsgeschichte genommen und versucht, ihr einen etwas moderneren Anstrich zu verleihen. Aber bitte geht nicht zu hart mit mir ins Gericht, denn in Deutsch war ich eigentlich nie so gut. Also die Weihnachtsgeschichte neu erzählt. Big Boss Kaiser Augustus hatte die glorreiche Idee einer Volkszählung. Bedeutet, jeder Mann muss in seine Heimatstadt und sich in die Steuerliste eintragen. So auch Maria und Josef. Von Nazareth nach Bethlehem laut Google Maps etwa 150 Kilometer. Easy peasy. Ab auf subventionierte Lasten-Pedelec und ab geht das. Erwähnenswert wäre noch, dass Maria hochschwanger ist, aber das klappt schon. Nach nur dreimal Akku wieder aufladen sind sie auch schon angekommen. In Bethlehem direkt die große Ernüchterung. Alle Hotels ausgebucht. Da lange Strecken im Lastenfahrrad nicht sehr schwangerschaftsfördernd sind, setzten bei Maria kurz nach der Ankunft die Wehen ein. Nun hätte Josef direkt ins nächste Krankenhaus fahren können, aber nee. Er entschied sich lieber für ein freies Airbnb-Zimmer mit der romantischen Beschreibung Urlaub auf dem Bauernhof im rustikalen Ambiente dem Alltag entfliehen. So ist er eben, der gute Josef. Im Heulager angekommen, blieb keine Zeit, das Gepäck zu verräumen, denn die Wehen wurden immer stärker und kamen in kürzen Abständen. Josef, das alte Technikgenie, suchte schnell auf YouTube nach einer Do-It-Yourself-Anleitung Hausgeburt für Dummies. Und Gott sei Dank, die Geburt gelang ohne Komplikationen. Josef, stolz wie Bolle, postete direkt ein paar Storys und Reels auf Instagram und TikTok. Hashtag I did it, Hashtag Little Jesus. Womit er nicht rechnete, die Posts gingen viral und in kürzester Zeit hatte er tausende Likes. Es kamen sogar ein paar Naturburschen zu Besuch und etwas später noch drei Herrschaften mit ziemlich coolen Geschenken. Josef wusste gar nicht, wie ihm geschieht, nahm das Gold aber dankend an. Mit den anderen Geschenken konnte er allerdings nicht so viel anfangen, was er aber nie zugeben würde. Durch die viele positive Resonanz war Maria auch gar nicht mehr so sauer, dass sie hier in dieser schäbigen Scheune saßen. Einige Tage später machten sie sich auch wieder auf den Heimweg, diesmal aber im Auto mit Chauffeur. Einer dieser reichen Rich Dudes hat da was organisiert. Was Maria und Josef damals noch nicht wussten, ist, dass ihr kleiner Knirps mal einer der größten Influencer der Welt werden würde. Und ob sich jetzt Josef letztendlich auch in die Liste eingetragen hat, werden wir wohl auch nie erfahren. Ja, das war die etwas andere Weihnachtsgeschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn noch nicht geschehen, abonniert den Kanal. Lohnt sich. Probiert es gerne mal aus und schreibt mir in die Kommentare, wie es euren Schülerinnen und Schülern gefallen hat. Jetzt wünsche ich euch ein fröhliches Weihnachtsfest und erholsame Feiertage. Danke fürs Zuschauen. Ich bin der Christoph und tschüss.